Mein Entschädung zu Gott ist unser Thema zu dieser Staube, der zweite Staube. Wir stehen hart wie fahren, wie Brücke im Eng zu kommen. Und wieder die Entschädung zu Gott. So, wir haben dort erst alle und unsere Klasse, dass wir im Eng zu kommen. Und dass wir uns aufmerken, im Licht zu kommen. Und mir ist das Wettbewerb, was Gott hat vor uns gemerkt, dass Licht dort ist, wo wir nach Gott kommen. Gott selbst ist Licht. Er sagt, wenn wir im Licht sind, dass es heute im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft. Und das ist ein Punkt von unserer Entschädung, was wir tun können. Uns aufmerken zu Menschen, dass wir schaden. Ich würde sagen, in einem Einten ist Gott. Aber wenn wir menschlich sind, ich sage, wir kommen in den Diestern um Dagen. Und wo wir da Dagen sind, wo wir vielmal dort an Menschen sind. Ein Mensch, was verbistet in den Diestern ist, dem fehlt ein kleines Licht. Und da, wenn ich Gott, dass der vierte Staub, wird wie Brücken zum Dagen kommen, wo wir wirklich uns entscheiden, mal ganz Gott in den Arm zu leihen. Wir brauchen mit uns erst im Licht zu kommen, dass wir sein und dass wir wirklich verloren sind. Und das ist, was ich sehe, von Diestern um Dagen kommt eine Brücke wie eine öppene Dähe, wo wir durchgehen im Dagen sind. Und es ist dort, wir gehen wie Staub für Staub wieder. Aber wie wir einmal bereit sind. Ja, ich will mich Gott ganz geben. Das ist eine Entscheidung. Es scheint so, dass wenn ich Menschen, die nicht von Gott geschehen haben, haben, die vorzuhalten, ich gebe mich Gott. Die Brücke ist das Licht zu sein. Und das haben wir gehört, wenn wir immer noch ein Thema gehen. Und es ist eine Entscheidung, dass wir wirklich uns Gott geben wollen. Was bedeutet das, wenn wir uns Gott geben wollen? Das sind Dinge, wo wir uns flaschen, betrachten, was sich währenddessen, das wirklich anzunehmen. Wenn es uns als Angst, wir wollen losloten werden von Dingen, wo wir angepackt sind. Wo wir uns vorzuholen. Und das ist eine Entscheidung zu melken, Brücken und Vertrauen. Gott fordert endlich unseren Glaubenrück in uns. Und den Glaubenrück zu fordern, Brücken und Vertrauen, dass dort was ist. Und das ist, wo das Stück für Stück bei uns wiedergegangen ist. Dass wir wirklich erkennen können, dass es eine Kraft ist. Wir hören dort von dem Licht. Ja? Wir wissen, wir haben hier Licht. Wir sind hier im Dach. Und wenn die Kraft kämpfen wollen. Da haben wir alle klar. Das ist nicht bloß so, dass hier Licht dacht. Und wirklich von dem Licht hier dacht. Und viele von uns Menschen wissen nicht, was es braucht, um das Licht zu merken. Oder wir dachten, wie wir das Licht brauchen. Und das ist ein Ding, dass wir uns wirklich an diese allmache Kraft anzunehmen. Und weil, das wird das Licht gefordert. Dass wir die Kontakt haben. Dass wir verstehen. Da ist so ein großer Strom. Der hat nicht ein eigenes Leben. Gott sieht eine Genode in Leib, er ist so groß, der hat keine Mut. So sieht man viel klar von der Zeit. Er hat eine Mut, ja. Gottes Ewigkeit hat nicht Zeit. Und unser Verstand kann aber Zeit begreifen. So sieht man, wenn wir denken, wo lang ist die Ewigkeit? Wo ist die Ewigkeit? Wie können wir uns daran denken? Unser Verstand hat Gott nicht mehr. Genau. Ähnlich ist das mit Gott, seine große Kraft. Und seine allmache Kraft. Das ist auch so. Das ist nicht eine Mut. Wir würden gleich ein Tometern sagen, wenn er so groß ist, dann würden wir sehr viel genutbrücken, nicht? Dann wird Gott, seine arme Mäß, ladig geworden. Das ist ein bisschen, was wir denken. Aber wir haben eine allmache Kraft, wo ein Strom ist, was uns abfällt ohne Mut. Diese Klasse soll uns halbe mehr von ditte erkennen, dass wir uns, wo er eine Kraft nicht geben, daunen. Gott ist eine Kraft, wo wir uns nicht geben, daunen, wo ohne Mut da ist. Und da finden wir viele Farsche im Testament geschrieben, was das bestärkend hat. Petrus, der hat auch eine Mut, und fragt sich, wie viele Mal, soll ich meinen Bruder vergeben? Ist das noch sieben Mal ein Tag? Wahre, da sagt Jesus eine Mut, er sagt nicht sieben Mal, sondern sieventig Mal, sieben Mal. Well, dann haben wir noch eine Mut, nicht? So ähnlich ist das, wenn wir eine Ewigkeit denken. Ich mache manchmal eine Striebe, ja, und dann habe ich eine kleine Karte Ängste, das in das Leben, und die lange Striebe und eine Ängste, das in die Ewigkeit. Und wenn wir da und denken, Gott naam Leben, die Ewigkeit, und das ist hier nicht Leben, das ist bloß eine Toberätung für das Leben. Und so ist das ähnlich, mit Gott seine große Mut, mit dieser Vergebung, 440 Mal, wenn wir das nicht rechnen, daunen, in ein Tag, mit 24 Stunden, das sind die für alle anderen Minuten. Mit wir vergeben. So lange kann ich verhast bleiben, mein Mensch, dass ich den vergeben soll. 2 Minuten regt nicht tot, oder er kann mein Haus übertragen. Kann ich. So eine andere wird, wo wir sagen, seine Vergebung ist ein Strom ohne Mut, wenn wir die Derecher anloten, dort ist das Wort Gottes, wenn wir uns die anderen geben tun. Tom, das wir wirklich an Gott geben, brauchen wir loszuloten. Hier ist für mich ein großes Geheimnis in unserem Leben, wo wir alle Trübels immer kommen, wo wir alle von uns Fleischel jetzt eigentlich loszuloten und wirklich an den Hellen, ja, an den himmlischen Vorder, immer geben. Das haben wir nicht, aber wir sind tot. Die brauchen wir loszuloten, ja. Wir müssen wirklich sein, um uns zu merken, dass wir sind dann wirklich bedingungslos uns in dieser Kraft nennen. Ich habe die Hand, das haben wir alle in der Klasse nur noch wahrer. Ich habe die Hand angemeldet, was mir ein besonderer Anhalt ist von wirklich, um zu denken, wer Gott ist, wem wir uns übergeben wollen. Und ich habe auch immer gesagt, eine öpene Hand ist ein sehr angenehmes Tekken. Das ist ein angenehmes Bild zu sein, das ist eine öpene Hand. Was meint das? Wir fingen mir an, das sage ich wie aus Breida. Wir sollen eine heilige Hände abheben und beten auf alle Städten. Das ist, was uns abgeweist. Warum sage ich, eine heilige Hände abheben? Wir können sagen, eine heilige Hände abheben, so ist das. Nein, das ist nicht eine heilige Hände. Das ist ein anderes Tekken aus einer heilige Hände. Das ist eine aktuelle Hände. Wenn man weiß, wer sieht, wie jung ist das? Dann wissen wir, wer wir werden. Da werden wir mit den Ägter hängen. Some jungerste hören, da muss er oft eine Wartel hängen. Das sehen wir. Und er hört auch mal so eine Malkwanze an der Tjaan hängen. Das wäre nicht Manna. Das wäre nicht das Eck. Das ist eine Füste. Aber eine opene Hand, das hat eine ganz andere Bedingung. Hier ist es besonders, wenn wir die Bibel lesen, in der Anhalt von Gott seine Hand. Die Finger nicht von Gott seine Füste. Gott seine Hand. Und hier haben wir die Bibel, was das von anderen ist. Wir kennen eine öpene Hand, die hält Gott an für uns, wo er uns an hat. Und die, alle machen, kraftvolle Hand, das wir, die wir, die wir uns an haben. Das ist eine Kraft. Und das ist ein Hand, das wir hier in Bilde mochten. Und das Tegere, Kota, was er immer wieder an, ist ein Bild von uns, an die Füste, wo wir alles zu kontrollieren. Und wenn wir uns loslassen, das Tegere, wir uns loslassen. Wir brauchen uns an die Füste, wo die Teufel uns aufschlagen. Die Füste bingen, und gehackt, und gepackt, und da will er immer an die Füste holen. An die Zeilen, an die Füste, und da will er immer an die Füste holen, und da will er immer an die Füste holen, und da will er immer an die Füste holen. Und auf dieser Feier fingen wir von, dass wir Beraupen sind, zu einer Beraupung. So Gott hat uns Beraupen, jäßlich, säilisch, aus einer Beraupung, verarmt zu leben, ja. Und dann sagt er, dass Jesus hat die Gefangenschaft, die Gefangen geführt. Und diese Gefangenschaft, die muss, wie wahrlich sein, loszuladen, friedzuladen. Wir Menschen sind vielmals, es dort, dass wir gleiches haben den Füste holen. Und besonders, wenn die anderen Menschen mich auf andere hier tun, dann hol ich dort Füste, ich würde allweilig begegnen, und wenn ich nicht das begegnen, dann darf ich gerne seine Eureichtigkeit in der Stadt. Nicht so? Hast du auch nicht so, wie viele mal denken? Wir planen, dass das er plant. Ich kann nicht die Eureichtigkeit, ich würde allweilig begegnen, aber wenn ich begegne, dann braucht es gerne nicht. Und dann haben wir ständig gerne im Sinne. Und ich halte mir das vor. Und hier ist ein Ding, was wir brauchen los. Wenn wir wollen, an dieser Hohen zu sein, nicht in den Fußbrücken, dann brauchen wir loszuladen. Hier ist ein wichtiges Ding, wenn wir Gott wollen, dass wir wirklich loszuladen. Gott ist ein guter Gott. Dort dürfen wir nicht antwieweln. Ich sage manchmal, wer das twiewelt, dass Gott gut ist, dort meint, heisst an die Gefangenschaft. Wenn es ein Mensch, was in die Gefangenschaft ist, die feilt nicht gut von Gott. So als ich erst sehe. Wenn ich schlecht feil über die Gemeinde, oder ich feil schlecht über meine Eltern, oder ich feil schlecht über die Prejas, dort hat die Dona mit, dass die Fehl, was ich hier bin, hat die Teufel, mich macht feilen. Das ist die Ursache, warum ich das feilen. Wenn es nicht loszuladen wird, und frei wird, dann ändert das viel. Wahrheit, weil ich nicht verstehe, dass alle Prejas, alle Gemeinden, und alle Älter sind reich. Nein. Da sind auch rechte Menschen. Da sind viele Menschen. Und wenn sie geboren hat, was uns nicht fehlen, ist die Beine. Das ist nicht da. Das ist die Beine. Und das braucht wir loszuladen, dass Gott uns in seine Angst nehmen kann. Wir kennen nicht, weil diese Dinge, Gott nimmt uns nicht. Er nimmt uns, wie wir sind, aber er macht uns rein, dass wir keine loszuladen davon. Wir brauchen Menschen. 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 Gott hat uns alle gemocht, dass wir am Leben leben sollen. Aber wir haben Menschen an, dass wir uns wirklich Gott geben können, wie ein Mensch bezieht, was Gott lebt. Und ich sage manchmal, dass jeder Mensch ist dort. Wir haben noch ein paar Sachen, die uns in Kanada wohnt. Da wohnt er noch, ob er uns wieder wird. Wir haben noch ein paar Sachen, die uns einmal fragt, dass wir uns nicht sagen können. Aber ich sage immer, ich sehe uns nicht. Ich weiß nicht, was wir mit Menschen tun? Er will wissen, dass ich eine Antwort geben soll, als ich eine Menschen nicht sehe. Ich sage, dass ich an mir sprechen muss, was du von einem Menschen haben? Auf was du das fragst? Ob du mein Kleid oder mein Kleid? Oder mein Kleid? Er lacht ein bisschen. Ich sage, von so einer Zeit, dass ich nicht habe. Daher will ich wissen. Wenn ich nur fragst, was ich ein Name? Ja, ich sage, ich habe meine Leute nicht zu nomen. Ich weiß, viele Leute nicht zu Hause haben. Oder wirst du wissen, was eine Leute nicht ist? Ja, ich sage, ich will wissen, was du meine Leute nicht bist. Dann sage ich dann einmal, ich glaube nicht, dass du eine bist. Das war nicht. Meine Leute haben mich nicht die Bibel verholt. Du hast mich noch einmal die Bibel verholt. Dann fragst du ihn, oh, gleich, wirst du gleich in mein Deutsch? Nein, das wirst du nicht gleich in. Okay, ich sage, dann zie ich doch wohl nicht meine Leute nicht. Wenn dort dein Eindruck ist, ja, sage ich, dass ich weiß, was meine Leute sind. Ich habe keine Leute in unserem Leben. Ich fahre, am Zündag, noch mehr, und warte sich um, sage ich, die Feind. Moinag fahre und bestehle sich. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Und er ... Okay. Dann frag ich ihn, das war nicht, das war nicht. Dann sage ich, dann will ich nicht sein. Ich glaube, auch, wenn sie noch mehr, meine Briefe, die Feindwahrung zu machen. Aber ich hoffe nicht, dass er meine Stille wird. Nein, sage ich. Das war nicht. Das war nicht. Ich sage, Christ. Und mich haben so viele, die Böse auch keine. Okay. Dann sage ich, die Böse nicht nüscherich, als ich ein Christi. Und ich habe viel mit dem, den du nie gehörst. Ich bin im Stahlbar bei ihm. Mich ist das interessant. Ich habe mich viel gelehrt. Ein Tag höchst, dass wir einmal in der Welt wissen, und wo ich lebe. Nein, ich lebe an Gott. Das ist du nicht? Ja, ich lebe an Gott. Und du fragst, bist du nicht ein Christ? Nein, ich sehe nicht ein Christ. Und dann, warum wirst du nicht ein Christ sein? Weil, ich habe noch ein Christi sein. Und dann sage ich, das ist ein Beispiel, dass ich ihm sinnig die Feindwahrung muss noch sich bestellen. So eine Christe, habe ich noch nicht gelehrt. Er hat einen größeren, jeden stand, jeden dort. Und ich sage immer, er ist gut. 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 Bruder Unconditional love, sagt er, hat er. Dort sind da, dass das Mädel danach, als wenn ich dem vroeg, die stehen direkt so freundlich ab, als in der Merk, und kann mich helfen. Und die Menschen werden niemals zu viel, die Norm niemals betont, dass wir ein Christ sind. Und ich sage, so eine Menschen, wie sie, dort ist, wo wir Gott sie lernen. Dort haben wir nicht mit Männern nicht zu tun, das haben wir erst schon. Dort haben wir nicht mit einem Juden zu tun, dort haben wir zu tun, mit dem man lebt. Und das ist, was wir klar machen, das ist, wo wir Gott sie lernen lernen. Want wir wollen wissen, wo wir uns Gott ergeben können, dass wir Menschen brauchen, wo wir sie können lernen. Wir müssen denken, wir sind in Kontrolle, von dem Teufel, von dieser Gefangenschaft. Und die Ursache, warum wir nun wel uns Gott ergeben werden, was das klar soll, dass wir uns da waren, wenn wir uns selbst befangen, als wir sind, und wir eine alte, nicht alte Kraft, eine große Kraft, die uns anpackt und vorstellt. Die Gefangenschaft, und die hat Jesus gefangen gefeiert, dass wir uns wirklich hier an zu einem Gott ergeben. Und weißt du, was, wenn wir wirklich mal duipend nennen, denken, wer Gott eigentlich ist, braucht wir wahre, mal uns selbst zu lernen. Gott sagt, er hat uns den lebenden Odem an, in die Nähe belohst, und wir sind in der Säule. Wenn wir uns da mal säulisch betrachten, was wir best tun, wird sie echt säulisch. Und wenn wir uns alle Gott geben, dann schauen wir mal an, selbst zu Mut nehmen. Wer sie echt, wenn ich so wird sein, dass Gott mir gemerkt hat, ohne diese Gefangenschaft, was den Teufel getan hat, wer wird ich dann sein? Und da kommt die Nennlote, was du von Feiner, Gott, wirst du sein. Wenn du wirklich dort wirst, was Gott dir gemerkt hat. Und du wirst wirklich nicht gefangen genommen mit dem Fleisch, mit dem Eck. Wer wird es dann sein? Und dann kann ich die Nennlote, du wirst kein Schämen, du wirst kein Pläuern, du wirst kein Haus, du wirst keine Badenis. Wer wird Gott dann luten? Wer wird die luten? Und das ist, wem du die evergeven wirst. Dann hast du in einem ein Bild, wo er die Kauze evergeven, wenn es dort wo er ans Hans hielt hat. Und dann sagt man ein Mensch, wird eine anbedienungslose Leibhaft. Das ist wo wir dichtst du bist sind. Und das ist wo wir uns arm will evergeven. Und das Gott, die ist von der Oren noch gereikt, so sie dann wieder an sein Schämen gelegt hat. Das sagt Gott, es nicht verändert. Das ist eine, wo wir uns gerne vertrauensvoll bloß mal nennen leiden. Noch ein feines Bild, was ich gesehen habe, ein Schämen an, sie sehen ja auch, zusammen, nicht alle ever ein, ob er an sein Grotchen, dass wir einfach gefährlich so dass dort ein Papa vertrauen haben. Weil der Papa, der stand da auf der Rübeink, da hing er allein, ging er stehen, und dann schmeut er sich noch seinen Papa. Und einmal sage ich, dass er da ist, sein Papa ging da ganz in Gedanken vorbei, an Hups, da aus der Hand, und er kam groß rein, und ich reib ihm da in den Lauf. So ein Vertrauen schmeut er sich in Gott näher. Und das ist das Bild, was er gleich ans Werklich mal und ans Leiben himmlischen vor der Siene Hand näher schmieden. Lass mal den Charbel aus, lass mal all deine Trübels los, und hopst mal nach dem Leiben Gott, ever jeft die dem ganz. Twiwel nicht immer, wo hat er mich auch anschmeren, das ist ans Oms ha, wo hat er mich anschmeren, dass mein Fohrammer daid, wo hat er mich anschmeren, dass meine Nobash am daun. Hier ist einem, wo wir keine ans Reng ans abverloten, und wir dürfen nicht Angst ha. Und weißt schmieden, wenn wir uns selbst dawellen einschmieden, klein wird amdrehen ans klare Wort, so ähnlich, weil wir ans Fleisch losloten. Weich schmieden, schmied ihm mal rütt üt diese Gefangenschaft. Und er darf bloß ein kleine Ding kommen, dann sind wir auf Foss, und dort wir hier mal bedingungslos und vertrauen ans über Jeven. Dort darf Menschen wird nur Christen soll loten, ob er die Gone Dach für Dach bedrägt. Und weich darf nicht sagen, ich kann manchmal herwiesen. Ich sehe manchmal so Christen und hole mich von Christen und habe lange gesagt, lange ist. Das wird viel mal passieren und denke nach einem guter Christen zu sein, stelle mir gut an und in der Wirklichkeit ist ganz gefangen genommen von Bedrächtnis und besonders so eine Depression sind. Da versägt den Teufel uns ein Ding nennen zu holen, dass wir sagen, bedrägt und bedrägt wir haben keine Freiheit. Das ist nichts zum Freien. Das ist alle bedrägt, wie viele verloren, verloten. Und hier war das Beispiel, was wir können uns wirklich mal los lassen. Wer bedrägt uns? Wenn wir wirklich von Gott ist die Gefangenschaft auf der Jesus gefangen gefährt, wo so habe ich Ursache bedrägt zu sein. Und ich will nicht so verstehen sein, dass wir auf dieser Welt sind, aber da kommen wir niemand, sonst wird etwas dreck. sagen, wenn die Teufel haben, dass Jesus wird bedrägt. Und er wird von Gott geboren. Und er ist uns zu dem und dass wir uns wirklich an Gott nennen geben. Wo wir Jesus von Gott geboren. Wo weht wie er von Gott geboren wird? Das sagt die Bibel. Er hat einen ohne Sinn und doch wird bedrägt. Ich habe ihm gefragt, an was geliefst du Gott Gott sagt die Engel, dann ist Maria in anderen Tät gebot. Da sagt Maria, was kann das passieren? Ich weiß nicht, ich ich weiß, sagt der Engel, weht es was, der heil ja Jesus wird die kommen und dort wird von die geboren worden. Und hier haben wir so ein klare Tecken. Und nicht mal bloß dort, wenn bloß das gesagt wir werden, dann würde uns dort nicht klar sein, aber wenn wir Jesus seine Beschreibung lesen, haben wir ohne Sinn. Was mag die Kraft jene sind? Haben wir ein Kind Gottes, haben wir Gott ihn sehen? Und wir fangen in Johannes zu schreiben, im Dreier Kapitel, da sagt wir können nicht sinn wenn Gott seine Sommel ist in uns. Wenn Gott seine Sommel in uns ist, dann wirst du was heiligt wird keine sinn rühmhaft. Und das ist die Warte von der Wahrer Geburt oder das ist die Wahrer Geburt ist, Gott seine Sommel in uns nennt. Es nicht leicht das die Wahrer Geburt so zu erklären. Jesus sagt Nicodemus ganz klar wenn du nicht wirst wahrer geboren worden nie geboren worden oder vom Jäst sag ich da wo da in Jäst wenn du nicht wirst von dort geboren worden kannst die Gottes nicht sein habe ich glibbet zu dritt in der fahr schweigen ich habe gesehen Johannes 3 da sagt was nicht vom Himmel rauf kommt wird nicht im Himmel vor nämlich das Sehen Gottes hier ist eine dupe Meinung hier ist kein Mensch der wird den Heiligen Jesus vom Himmel schriegen so wir brücken den wir brücken Jesus wie kann das Jesus in uns was das der Heilige Jesus so diese wahre Geburt ist das was uns im Himmel bringen das was Jesus verleben did und ich sage mal das ist die transformer was wir brücken diese transformer bringt diese Kraft das Licht die vergebung was immer wir wollen bringen das in unseren level das ist das was wir einmal können verstehen wie wir uns Gott vergeben das ist was wir einmal durch den Glauben allein begrepen können dass wir an die all maje kraft an knacken können dort werden wir die ware geburt und er sagt Nicodemus haben wir so fleischlich er dacht immer noch so ist das oder das dann sagt er was kann das passieren kann ein groter Mensch der triggende Mann und krüppend und frisch geboren worden jetzt ich so ja natürlich nicht Gott Jesus sagt was vom fleisch geboren war das fleisch war vom jes geboren war das jes er erklärt das ganz support dann sagt Nicodemus noch wahre gewundert wo dort kann passieren Jesus sagt du glaubst dich nicht mal wann ich die irdische wunder wies wo wisch du glaub wann ich den hat von jes l ding vertal he sagt dort dass Nicodemus die tickt natürlich und das natürlich die Brücke wie los zu loten und das wie wirklich kann ans am geben dann sei das sag was nicht vom Himmel kommen wort wort nicht im Himmel vor und sag den an und weißt was Nicodemus ich mich war so im kreiz nah ne so 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 die schlange in wüste did war ich leu wenn ich denk wenn Nicodemus die tick wird hat war mein tot ich dachte du wirst in chönig sein und du wirst die Israel los melken und die war zum kreiz noch he konnte nicht begrepen wo das war brukt so brukt wie anders zu denken die pede hier sein wie man mal anders ticken jästlich ticken das andere leven aus wie man ans verstand begriffen chön und da hing er an sagt wer gläuft dat der Seen Gottes gekommen ist und dort ist Gott die welt gerath haften durch diesen glauben an den Seen Gottes loitet doot melken weite das was du kost du kost dein ag loitet doot melken dort ist wo man die lewe chris dort ist wo man die jästel lewe chris baum bo vi ans gott er jäwe chön wie sah mal das ein will baum und da wird was nenn geproppt und ich habe je sein mal wo ein baum verschiedene frucht wost dort sind stamm ein will stamm und dort werden sie frucht nenn geproppt und das ähnlich was mit uns passiert hier sagt jesus sache matthias wie verseben t ist dort da ganz klo gesatz weich zu nehmen heißt nicht gekommen ans charpa te andren heißt nicht gekommen ans fleischlich te andren heißt ich komme dort wird nenn zu proppen dort wird nenn zu saaten an uns wird das büder steht erfällende und sagt er hat unsere gefangenschaft gefangen geführt weite den teufel wird hier beine kontrollt dem hat er die hängt geschloten der hat nicht mehr die macht er war gleich wie dort gleich du dort an den trübel es war da war er ist so trübel die gleich du dort kann krex schaff es war er war das kann er hat dem teufel den macht wahrgenommen da wenn du mit Jesus in kraft war jen der trübel gönnen da kann den hier aber mit sin kraft dann wird dein trübel ja din fleischel trübel 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 wo er leben nicht war das was passieren kann wo die brück wie ist diese gefangen schaffe wie bern sind los te lot ever te lot fried te lot das ist ein Bild wo ich gemult hat gesagt im Psalm 21 aber alt da sagt deine Hand wird meine Fien Finger und die Haar wird die verschlägen mit seinem Zorn diese Gefangenschaft hat Gott seine Hand gefangen gefährt er hat wie fing dem Teufel aus heist einer wat uns verschlägen hat heist einer wat uns hier die schlange am hand hält jo he will uns an die schlange geriepen und da war am lachen holen wo wie fast sind wo er kontrol hat über uns und we Gott seine hand die haft dem Teufel verschlangen an dem gefangen gefährt der ist gebungen und hat nicht mehr die kauf ever ans haft er ist aber heißt nicht ever ans nicht mehr das sagt Johannes sehr klar ist Johannes sehr klar dass die wer an uns wohnt die ist stört ja aus die was in der Welt ist und das ist wem wie uns über jeden kann das ist der wohl was wir entscheiden entscheiden johannes vier feier heik angegift und dort es der geloven der geloven ist die sich vor der welt überwunden haft und ich sage immer wenn die das hund das gottes hund nehm ist und du fahrt mit dem geloven mit dem geloven an dem finger an du hast die macht bin die kostet nicht mit den verstand begripen und die kostet nicht an park ist ein bit halt aber die kostet an den geloven an des hund an connect und das wird uns durch treffend und das war ans fleischel jägg hier besied und das fleischel jägg erklärt das nicht dort er uns eine ritt nehm die dort er fällt uns man an der kauf jähn dort so some christen hat dort trouble mert wenn sie sich gott erjevt haben dann denken sie na jo nu wot die dat alle schein seien und wie so eine predigt in die sind woher hat da wird man sagt do die mal betieren dann wot die schein gohn dann wot ich nicht all das last treffend erben aber weit je wot ich will nicht sein wenn die haien fleisch noch mert solange als wir haben unser sharper lewe haben wir das fleisch lach met aber weet wot wir haben eine kraft ever dat ich moel mein ein bild auf das ist das als wie kann das sein als fleisch lach das ist so ein bild das das und hier in mert zie ich und wat got das he macht hier ein streep lach op das ist ein kleiner stech hier ist jesus das ist mein fleisch das ist ein negativer bars speck ein strick bar so dass ihr hirn beliebt ihr hirn belies hat weg speck an wo wir alle an haken versatter down verbiest blieben wat hast nie dat wat hafte hier und got jesus hafte uns hier einen streep op gemacht wo witte eine rutschecke ich sage manchmal ein bies spiel von ein tieren hekt er biet bars und da bist du bierne verbiest hat maar einmal sitzt in der striepe dort ist lich da kannst du rutschecken wo feilst du da du die mal nennst du wirst an groter bars verbiest du weißt nicht wo sie nach norden nach osten nach was da ist und so so mäng ass an den bosch an ans in das fleischel geht eck do am riemel ass in strieb job da kost du seine dort das lich dat ist was jesus gehaft wie blieven wesse moten an ans fleischel geht eck ober das lich ruht und ich kann manchmal sagen wenn die da nenn lassen kost man einmal sein dort dag dort dann mag den bosch nicht mo die jahres bloß boh sich auf dort aber dort wot schrock hockt besit an speckert en kon leih sa na man des hans bah dort blad all en dann check st do han en oh du hast na rang na jahres des en jahres wieder den waj en oh do speck dat ök na checks do han na bass wuss me leh waj we so se wie man want we eerst check no ans fleisch dan drehe we vom licht waj en so schwind as we war am bass sind tja we dat licht nicht sein wie brücke treg nur die line te go wo die strieb op is ich sag mal die bibel sagt die waj es schmall wot im lewe viet en die es so schmall dat er mo ein strieb op is dat die schmall we we tjane nicht mal erforden ans fleisch te betecken waj 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 betrachte dat waj dat dat die jalan hat platz lich wo die teufel ans rauf ne dat ek bruke dat ma tj biesp die teufel die haf verschiedene waj hier stade ans bing met all die last en wie zentje bongere ban wie war super wie war reber wie war murder wie war die wie war ammer wap na der welt tot wo die teufel ans ne bringt hurra alles wo wie waj 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 jes 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 zeven daunen dan hiet haf mat die sainz waj da hab i net to jes sainz waj stalle tj andre sainz op na dini tj cèk 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 tj cèk cèk no no a cèk 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 haff all dis sainz dat wo dè waj vi er jes hien an dè sin waj dat us wo vi leven hi bè al vaj nt Das heißt, dass wir uns glauben, dass wir uns glauben. Die Hebräer haben wahrscheinlich erklärt, was Glauben ist. Das heißt, das ist nicht die Konvision. Ich würde gleich sagen, hier mal Glauben haben Sie geschrieben, das ist das andere Bild, wie das, was Glauben ist, warum hast du das Glauben? Anders heißt es nicht Glauben. Da sagt er zu Schmack, Glauben ist eine gewisse Toversicht, ob so, was wir nicht sollen, und doch glauben. Glauben? Glauben. Was ist das? Eine ganze Sache hat, ob so, was wir nicht sollen, und doch glauben. Das ist, was Glauben ist. Ich habe hier ein bisschen aufgeteckt, wo wir uns Gott ergeben können. Das Glauben ist rot, und das ist positiv. Das Glauben ist bleib, und das ist negativ. Und wenn Sie sich fühlen lassen und denken, was wir feilen können, wir gleich haben zu feilen. Ich habe ein Messer, wenn wir mit Träubel schaffen, und der Mensch kommt an mir, dann sagt er, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich feil so verloren. Ich feil so verbiesst das. Ich feil so, dass ich ihn erschwert. Ich feil die Menschen gleich in mir nicht mehr. Ich feil, ich feil, ich feil. Hast du mal geteilt, wie viel mal das Wort feile in der Bibel geschrieben ist? Ich kann nicht, ich kann dir das nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass ich das viel finden werde. Die Bibel ist so heilig, so hoch, damit man sich viel in Betrag nehmen. Wo wichtig sind dann sich viel? Ich will nicht deutlich merken, viel ist ein Bloßschlag, wenn es uns sehr scheint, wenn wir wirklich den Frieden Gottes im Ort feilen. Das ist sehr wertvoll. Gott hat uns die viel für eine Ursache gegeben. Und es ist auch sehr wertvoll, wenn das hier am Finger durchgegangen ist, dass die Anwursch darauf weit ist, wenn es anders wurscht, wenn es einen Fingern beim Schaufen ist, das wird das Gefühl. Denn viele sind dort zu gaut. Und es sind sogar gaut, dass du dein Gewissen feilen kannst, dass du dein Sinn feilen kannst, was du hier hast. Und dass du auch verloren feilen kannst. Das ist auch gaut, das ist die Dankbar für die Daufe. Ich sie. Wenn es sich erinnert, dass ich die verlorene Totschstand, dann weiß ich sie verloren. Und ich kann nicht feilen. Und ich kann nicht feilen, wenn andere Menschen, wenn die verloren feilen. Ich sage, das ist schrecklich. zu feilen. Wir sind verloren und wir waren mal in der Halle. Aber trotzdem, je viel wird Gott uns gegeben hat. Aber, ich sage, je viel schaufen, wird es eine Gemeinde schafft. Some Menschen, die böe, aber die Gemeinde. Das ist die Gemeinde, wo ich zuhören und das ist, wo ich heute war. Ich sage immer, so sind die viele. Das ist, was ich feilen und das ist, wo ich meine Rechte war. Aber die Gemeinde, das soll ich nicht abbeue. Das soll ich uns erbeue. Wo wir abbeue, als ob wir geloven an Jesus Christus. Oder wir geloven an Jesus Christus und da abbeue. Und dann, das ist die Gemeinde, das wir uns erbeue. Und so ist es mit vielen. An vielen Level, die müssen wir immer an dem Glauben haben. Weil an vielen Level haben. Wir machen Entscheidungen, wie ich feilen will. Das ist das, was ich geloven will. Dann wollen wir verbiesteren. Dann wollen wir nicht geloven. Und was dann passiert, ist, dass wir viele Level, die haben wir geloven, und die Glauben Level, die haben wir geloven. Das ist wahr, und ich denke, was wir einmal klar haben, dass wir uns den Glauben auf die Wahrheit ergeben. Wo ist die Wahrheit? Das Wort Gottes. Und das kann uns lernen, was wir feilen können. Wenn wir wirklich diesen Eckart hiermit aufgebilden. Wenn wir an das Glaubens Level haben, wenn wir an das Glaubens Level haben, wenn wir an das Glaubens Level dann wollen wir ein Glaubens Level haben. Und ich sage manchmal, an das Glaubens Level kommt, hängen wir an. Viele Menschen, die sich bekehren, dann feilen sie einmal sehr gut. Und dann plumpst sie so wahr, dass sie nicht so gut feilen. Und da ist es, wenn sie die Arten haben, sie sagen, was wir gesehen haben. Die Bibel sagt, was wir gesehen haben, was wir ernten. Da sage ich nicht, dass wenn du die bekehrenst, dann wirst du die schwere Tüte beginnen, wenn du es damit gesehen hast. Du beginnst noch, was damit. Ich habe es so nahe. Und du hast die Kraft immer dort. Wenn du bloß nur je viele was gehören, dann fehlst du eigentlich. Du brauchst nicht bloß die nie viel. Du musst nehmen, was du wirklich glaubst, was Gottes Wort sagt. Ich habe dann manchmal gesagt, wenn ich das nicht glaub, was Gottes Wort sagt, dann wird ich mich auf viele Mal ganz ungegriffen mit meinen vielen. Wenn sie stehen, und ich sage, hast du gehören. Das darf bloß einmal sein, wenn ich beleidig sehe. Ich weiß nicht, worum ich so ein Mensch sehe. Weit ich? Wenn du einmal einmal verachtest, was das Goude, was ich will, dann sieht man ganz leer. Und dann sagt, mir machen sie eine Wur an. Vorher sehe ich nicht leer. Hat die Worte geändert? Nein. Aber ich nehme das auch, was die anderen sehen. Und ich habe das Beispiel von meiner Freundin einmal gesagt, warum verjaadst du immer, wenn ich die Worte bestellen vom Stuhl? Dann nehme ich das eine Worte immer, was ich voorts klar hatte, als es nicht wahr hat. Und ich hatte voorts klar, als ich meine das nicht mal so. Aber ich nehme das und lasse mich ganz durchschlagen. Beleid ich euch manchmal so? Wie können noch so ein Feiner Christ sein, noch so ein Goude Tje ständer sein, noch so ein Goude Mennen nicht sein, aber ich nehme das, dass mir einmal eine andere Person, meine nächste Person, die meine Frau ist. Und ich sage mir einmal, das Wort verjaadst du immer, was ich vom Stuhl bestellte. Das Wort immer, das plumpst mich ganz hoch. Aber weißt du, Gott sei Dank, einer Haft, den Gouden Geist, den Heiligen Geist, da sage ich mir einmal, worum glaubst du die Antwort hat? Das wird immer, dass es nicht wahr hat. Meier, meine Frau, meint das auch nicht mal, das ist dort. Und weißt du, habe ich einmal gedacht, dass die Bibel redet von, wie kann ich von der Sinn beten, was nicht mit welches getan wird, oder was nicht zum Tod führt, dann ist die Wahrheit. Hier ist ein Geheimnis, wir gehen in einer Zeit mit einer sonst Gott, wo er kommt da mit ein. Und ich sage einmal einmal, wie hat die Kraft immer der Sinn. wie hat die Kraft immer dem Teufel seine Worte. Woran? Wenn es wie Herr Jesus zum Wort hat. In 1. Johannes 3 sage ich dort, dass wir, oder Jesus ist gekommen, die Worte vom Teufel zu verstehen. Und ich, da hat von mir manchmal gebraucht, weil meine Frau sagt immer, und ich weiß dort, sie meint das nicht immer, und ich weiß dort, dass es nicht wahr ist. Aber einerlei weiß ich, das ist mit fleischlich. Da weiß ich auch, das ist anders, weil sie es nicht gesagt haben. Und weißt du, für das kann ich beden, und sei bloß, schwindel, Jesus, schau mal, verjaff meine Frau. Das ist ein, wenn es die Welt geht. Das sind sein, und die Welt nicht zu feilen. Weißt du, was ich dann da? Ich da die Sünde ohne. Ich schuf die Sünde. Dem Teufel, seine Macht, was zwischen mir und er ist, habe keine Kraft. Wenn es ich nicht annehmen, und ich bete um Verhebung für sie, und sie jetzt wieder schafft, und denkt nicht an, dass sie das Wort einmal gesagt hat. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist wahr. Und ich will seine Worte verstehen. Weil wir bloß abwarten und denken dann. Und wie einfach, würde so viele Probleme in der Lage sein, weil wir uns in diese Allmache-Kraft nicht geben, und in den Latenstummel legen, an Gott seine Kraft, und das kann es klar haben. Weil meine Frau sagt, Emma, das schwindel, was er an hat. Und die Böden Gott vergift. So hat Jesus zum Frieden. Er sagte, Soldaten, was er an, und ich glaube, Jesus dachte so, Jo, Jo, ich weiß nicht, dass ich das Sein Gottes sage, weißt du was, ich weiß nicht mal, dass durch das, kriege ich die Erratung. Verjaff Gott, du hast das nicht anregnen, was sie getan hat. Das ist der Leib, was Jesus hat. Und das ist, was wir können haben. Die macht, wie wir uns, und auch am schnellen Leben werden. Und das denkt, es wird voll. Das lohnt von zu reden, was Gott für uns getan hat. Und ich wünsche jeder einem, der kann dieses Ding beleben. Gott ist nicht bloß ein Jesus, weil er ein klein bisschen von dir betet hat. Gott ist ähnlich als eine Person. Du kannst direkt, du kannst mit einem spazieren, so wie du mit einer Person bist. Und weißt du, dort haben wir uns nähen, dort. Dort werden all diese Dinge. Gott, als ein Freund, besieht uns hier. Oder einen uns hier. Und der kann uns hier und eben uns hier. Da ist ein Rundraum. Wir fingen in Kolosser 3. So, Gott, sein Wort, an uns wohnen haben, mein Gott, be uns haben. Und dort, wie zu allen Momenten, mit Gott wirklich Kontakt haben. Und wenn wir voll von der Früchte, das jetzt ist, das sind, was er uns geben will. Glieder 5, 22. Dann, wir schälen, wie immer. Von Gottes Wort. Und wir haben Kontakt mit Amos und Freund. Und dort, wie all diese Gottes Wunder sein. Und hier sind so ein einfacher Ding aus, so morgens, wenn ich will schaufen gehen, und wir wollen, da wird Gottes wirklich an uns wohnen. Aber da wird das dann. Kann ich dann gar nicht einen Haken mit dem Haken? Kann ich gar nicht mal einen Traktor vor? Kann ich gar nicht mal einen Traktor denken, bloß an Gott denken? Weitere Wort, wenn wir wirklich zu Gottes Ehre leben, dann haben wir von so morgens. Ich sage, ans Anfang, fang an den Strom von der wird Gottes an. Und dann, wir bloß im Gebet ganz einfach sein und sagen zu Gott, Gott, weißt du was? Und wenn du einen Traktor vorst, dann sage ich zu Gott, weißt du was? Und der und jankert mich mit der Maschine zu fahren. Und der wird von der Maschine, der wünsch ich, würde die Gott lohnen, von wo ich hier vorgehe. Und dort kannst du mitnehmen in deinen Gedanken bei ihm der Hand fahren, bei ihm gehen. Und wenn du den Weg setzt, oder wenn du den Mensch setzt, dann magst du nicht sagen, dass du glaubst, dass Jesus wurde mir auch zu dem. Und wenn du wieder Jesus gehst, mit so einem Schmack und so einer öppnen Hänge, dann steht die Füße, dass jeder Mensch wird zeigen, dass ich erst gesagt habe, beim Gas abfällen, kann ich noch nun Christen laden. Und so kannst du beim Traktor fahren, kannst du nun Christen laden. Wenn du wirst auch bei ihm anbehängen, Glöcke, Rehe melken, und wenn du noch was da vorbeifahren war, dann dachte ich, Mann, die Mannschaft ist geholfen, von woher hat er? Gott, du hast uns geholfen. Und dort solltest du uns nähen, dass wir an dieser Gott hat, an uns gebeten, einmal eine Connection haben. Persönlich. Wenn wir die Verleihung vor der Sitzung sind, es ist eine Connection geworden, Gott, gebt mich grob, Glöcke zu melken. Wir können ganz in dieser Gottheit leben, als ein Freund, und er hält mich eine Glöcke zu melken. Dann hast du Gott den Wort errichtet, in die Wohnung. Du kannst freudig sein, in der Berne. Und in der Berne kannst du Gottes Wunder sein. Dort ist ein Ding, wo wir Berne können beten. Das ist noch ein Ding. Warum werde ich von losgeladen? Wo darfst du beten? Haben wir Gott bloß dann, wenn wir in Not sind? Oder hast du uns Gemeinschaftspartner, wo wir Stunde für Stunde Gemeinschaft haben? Ich hätte mal ein Prediger sein, und dort haben sich ja im Glauben beten. Das braucht ein Glauben, ja, wo wir wirklich im Glauben beten. Ich sage da, sehr viele Menschen, wenn sie wirklich waren, die haben eine heulose Krankheit, eine unheilbare Krankheit zu sein. Da haben wir einmal alles nur Gott. Dann sprachen sie, Gott, weißt du nicht, dass eine Person gesund macht? Dann beten wir ernstlich, Gott heilt die Person. Wenn sie nicht heilt, dann sagen wir, Gott hat das nicht mehr Wunder. Das sind sie überreden, ja. Bei sich, wenn wir von clean-up an und die Kinder lernen, wort Gott alle das, zum Beispiel mit einer Blumen becheckt, die soll sein, dass wir mal hier, wort von der Schmacken Blumen Gott gemerkt haben. Wer will mal sein, wo die morgen wird loten. Ah, morgen ist die verdreht. Nein, erklärt, dass wir so eine Schmacken Blumen sind, die eine Schmacken haben. Und die Dagen werden wir verdrehen und die Schmacken und wir werden im Himmel genommen werden. Das sind sie eine einfache Dinge, was wir unsere Kinder kennenlernen. Und wenn man ein Kind krank ist, schnarrerneeshaft, orenritinghaft, teinerritinghaft, lai das Hohntje auf, unsere Hohnt, auf das Kindtje auf, Gott, wirst du, mein Liebe Kind die orenriting wahrnehmen. Du hast das Kindtje gemerkt, du hast die Kontrolle über die Charter, wirst du das tun. Weet je, wenn das Kindtje so aufwärts, das wird gesund. Und da an, es sei ja viel bänen. Und so ein Kindt steht, er sagt, wenn wir denen wir aufwärtsen, und glauben zu Gott, und die Brücke sehen wir da, dann passieren die. Wenn es dann sei wie die. Und er sagt, so eine Lieder steht, wenn die ernstlich beden, wenn er krief ist. Und ja, wenn sie beten und glauben. Wahrer, wir müssen klar haben, wir müssen nicht bloß schärflich beten, und sie wollen. Wenn wir nicht einmal glauben, wir werden Menschen drei Jahre alt beten, die können nicht sterben, wenn sie nicht beten in meinem Leben. Gott, sein Plan, ist nicht, dass uns schärflich einmal blieft. Dass wir immer in seinen Wellen haben. Und das wird eine Ursache haben, ob wir, dass wir entfassen glauben, Und wir bleiben besonders genau. Wie hat er in den letzten Jahren so viel, so eine Wunder, dass die Seine, was wirklich passieren. Wenn ein Mensch will seine Troubles loslassen, seine Fleisch loslassen, im Glauben haben, dann wird seine Regen beter. Dann wird seine Kappreding weg. Und seine Meeres hat geheilt. Was kommt das? Im Glauben nach Gott gehen und loslassen, das ist, wo wir uns geben können. Eine wichtige Geschichte von den Fortsporen, das werde ich Ihnen auch vertellen. Als Sie vielleicht alle bekommen, wie es alle sind, von den Fortsporen, die am Sonnt wird. Der eine, der hat, den Traum, in der Vision an sich, dort geht, mit dem Taub und mehr verlangt am Sonnt. Und da mit dem Ticket, dann sind alle, Westerstädte, sind bloß Eins-Hertsporen. Und in anderen Sinne, darum geht er dann, nur seine Haare, und fragt ihm, wo ist dort mehrlich? Du hast gesagt, du wirst aber eng leben, bei mir bleiben. Und wenn ich hier beteke, da die Ticket, wo ich am Schwanz, die Haut, hast du bloß Eins-Hertsporen, worum verläutest du mich? Dann sag ich, es ist so ganz, wir lassen wir das Wort durchrechte. Und das ist, was wir verlassen, da wird ein Kind wollen sein, das ist ein Leibung Gott, wenn die Kind mal an seine Ohren schmieden, neben jedem Arm, der wird ihn trauen in eine schwere Tät. Und weißt du was, das soll ich nicht feilen. Das soll ich glauben. Aber feilen, da wird das nicht. Und da wäre es wichtig, dass wir ans Glauben-Level haben, wenn du in eine schwere Tät bist, mach dich klar. Ich zeig mal zur Mamas, und ich zeig mal, wenn das wie kleine Babys hat, dann habe ich mich besitzt gestohlen, und ich zeig, wo meine Frühe checkt, wenn sie das Baby auf dem Arm haben. Und das hat mein Schmack. Und das Bild mache ich mir einmal, wenn wir uns kennen, Gott, in seine Ohren schlagen. Und das ist eine schwere Tät, wenn meine Frühe dann noch einmal ein Baby hat, was da eine Ohrenrichtung hat, wo sie das dann auf dem Arm haben hat und ducken, das ist ganz gemütlich. Dann muss ich einmal diese ganz nahe, das ist eine warme Lauf im Ohren anpüsten, das soll es nicht werden. Das ist ganz nahe. Dann checkt sie das an. Das ist wundervoll. Das ist ein Bild. Was kann das? Das ist, was er mit uns hat. Dann kommt uns in unserer schwere Tät. Dann hält sie uns auf seinem Arm. Und jetzt siekert uns freundlich an. Und sagt, das wird noch schaffen. Das wird noch ändern. Das wird noch ändern. Das wird noch loskamen. Weit ihr, so ein Gott haben wir. So ein Gott haben wir uns weisenden und auf die Arm fast vertrauen. Und wenn wir das glauben, dass wir den Fass holen auf Jesus Christus, dass dort er ist, wo wir uns verfallen übergeben können. Und, weißt du was, Gott hat uns nicht so ein Geist gegevt, dass wir so ein Geist gehalten werden, als wir hier stehen. Und ihr Druck, und ihr Füßt, und ihr gebungen habt, er gebt uns ein Geist, von wie wir sagen, aber, lieber Vater, dort gejagt, mit dem Schluss, die Geschichte zu vertellen, und ich weiß nicht, ob ich die Gerache vertellen, weil es eine wahre Geschichte, die noch stets passiert ist, von der Glaubenheit. Und über die Lieder soll er rauskommen. Da wird von einem Jahr, was auch, wie von immer mehr Geschäfte und ein Schöp, und er wird stets auf den Übergang verkauft. Und das steht, das ist ein Fehl. Die andere Träger ist das geworden. Und das ist ein Jahr, die steht auch in der Mäde, auf dem Dach, hoog, dass alle Mäden die seine kann. Und die Uitropa, verkaft er da. Und dann sitzt sie da, das ist ein Mäden, was er beiden da, das ist noch ein Mäden, was er beiden da. Und das eine, die zitt sie al, dort zit er nicht und angenehmer wird. Er sitzt so, dass es ein Säure, ruffer wird. Und da hat beiden in einer hat gewünscht sein, weil die ein Mäden wird hoch bei ihnen. Und die beiden hecht er, hecht er, hecht er. Und schließlich, die Mäden, wird der letzte Bad. Und dann sagt sie, ich habe das verkauft, und die Mäden. Das freut sie. Na jetzt, dann schließlich er auf, und so ist er da dann, dann wird er angehandigt, nur dem Mäden. Dann siehst du, dass der Mäden ist. Dann sage ich dem Mäden, weißt du was? Du kannst, du hängern mit dir was. Ich will die bloß schäuben, wenn sie, ich will die Jäden in seiner Hänge halten. Dann frage ich sie, wo soll ich hängern? Kann ich nicht hinkommen? Ich will sie, dass sie, dass sie Gott ist. So ein Gott haben. Wie weißt du, wie sie sind, ihr Fang, und in der Hoffnung, hoher den Wied, da will ich unsere Tage. Vielen Dank.